Aha, da konnten wir euch vorhin durchgucken. Oh, ein schwarzer Seelenstein. So schwarz, wie unsere Seele nicht ist. Und das ist doch schon wieder... Aha, genau. Ähm, komm schon. Nein. Fallenauslöser. Ach, komm. Ich bin halt großzügig. Huch. Na ja, komm. Wir haben noch ein paar. Ich zieh da nicht so dran. Och, sag mal. Ich hatte es doch eben schon fast. Jetzt will ich euch ärgern. Nein. Zack. Gut. Was haben wir hier? Das wiegt nichts. Das nehmen wir mit. Oh, fünf Gold. Können wir uns ja bald wieder ein Pony kaufen. Das Pferd hatte ich mich auch mal, aber das ist auf einmal weg gewesen. Wahrscheinlich ist es dann doch unter Schlacht getötet worden. Mann, oh. Das war's? Tja, hier schon. Oh, nee. Ja, du bist mir schon wieder am Weg. Huh. Ach. Geschafft. Okay. Da haben wir nur die ollen geisterhaften Überreste. Oh, zwölf Gold. Geisterhaften Überreste. So, jetzt bin ich hier am was vorbeigerannt. Da geht's weiter und da geht's nicht weiter. Ne. Okay, dann hier. So. Wo bist du? Aha. Was ist das? Hm. Bosszeit oder was? Natürlich. Oh, das hat ihn aber nicht beeindruckt, du. Aber er ist jetzt so ein bisschen überrascht. Halt! Ah. Mann, ich seh nur die Augen hier. Oh. Moment, Moment, Moment. Madame hier hat keine Ausdauer mehr. Stop it. Halte, halte ein. Ich lass mich erstmal eben einen Trank raussuchen, bitte. Hallo? Ähm, komm. Geringe Ausdauer. Hauen wir weg. Hau rein. Jawohl. Super. Schön. Ey. Ah, so ein Blitzkerl, ja. Juhu. Wow. Okay, Moment, Moment, Moment. Jetzt komm ich nicht klar. Da ist noch was, was ich übersehen habe. Warum wohnen wir uns erstmal eben alles hier rein, was wir noch haben. Ähm. Was mach ich denn da? Haben wir jetzt, ja? Komm, starke Ausdauer. Okay, der hat mehrere Formen, verdammt nochmal. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Und jetzt noch eine Eisform, oder was? Oder kommt der immer wieder? Hau zu. 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 Hau drauf. 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 Oh, Lydia. Sag nicht, dass du tot... Steht die da? Ach, hat die... Okay. Du hast einen Fernkampf gemacht. Alles klar. Natürlich. Okay. Gut, gut. Besser als neu laden. So, das war's. Also nur noch hier die Überreste, ja? Ascherhofen. Halt dir stark. Mh... Ne. Mh... Ne. Will ich nicht. Den Schrott kann selber behalten. Okay. Haben wir's. Sieht so aus. Dann noch da hinten die Truhe. Das sind kaputte Bücher. Ja, dann wäre ich aufrustig, wenn ich hier nur kaputten Lesestoff hätte. Hau. Oh, na. Ich mein, da muss doch einer frustig werden, wenn er hier nur... Wer weiß, wie lange der hier schon liegt. Und der hat nur kaputte Bücher. Nichts Vernünftiges zu lesen. Keinen neuesten Krimi oder keine Ahnung was. Äh... Ich mein, den aktuellen Lebensberater. Oh Mann. Wow. Mächtiger Seelenstein. Geil. Nehmen wir mit. Dabei hätte er das vielleicht gebraucht. Wie überwinde ich meine Einsamkeit? Über die Jahrhunderte hinweg. Oh mein Gott. Der tut mir so leid. Aber gut, wir haben ihn ja jetzt. Also... Was ist denn das? Eine Trommel? Müssen wir die mitnehmen? Wir haben mal den Marsch getrommelt. Geblast haben wir den, glaube ich. Aber... Hm. Könnte eine Quest sein, die wir noch nicht haben? Ich weiß es nicht. Ich nehm sie jetzt mit. Vielleicht ist das tatsächlich eine Quest. Und ich weiß es gar nicht mehr. Das ist so verwirrend. Ich mein, so viele Gegner, wie wir schon platt gemacht haben. Oh. Es reizt dir. Aber ich kann jetzt hier nicht drauf. Okay. Das war's. Wir haben's geschafft. Wow. Oh, die würde ich gern mitnehmen. Geht nicht. Na gut. Ah. Ah. Hui. Zack. Und... Ah. Nice. Wieso ist ein heiliges Stab jetzt mit... Den hab ich doch mitgenommen. Das ist wie verarschen. So. Dann, äh... Mal raus hier. Und wir haben die Quest beendet. Wow. Das... Jetzt hab ich auch nicht auf die Uhr geguckt. Aber das könnten vielleicht gerade mal so zwei Folgen sein. Das ist ja schon mal erstaunlich, muss ich sagen. Juhu. Wow. Der Eistroll ist der furchterregendste Vertreter seiner Art in Himmelsrand und in den kältesten Regionen der Provinz beheimatet. Mann ist der hässlich. 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 Aber vielleicht ist er doch ganz lieb und einfach nur missverstanden. Nein, geht's gut. Wir können nicht allen helfen. Hallo? Mit einem Pfeil markierte Inventargegenstände sind höchstwahrscheinlich... Äh, genau. Jetzt ist es dunkel. Vorhin hat noch so schön die Sonne geschehen. Ah, ich sehe einen Sternenhimmel. Und einen Mond! Schön! Ja, ähm... Dann denke ich mir mal... Karte gucken. Halles Grab abgeschlossen. Wow, okay. Dann haben wir dieses jetzt hier mitgetan. Abgeschlossen. Bla 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 bla. Ja, dann sehen wir uns wieder... bei unserer... nächsten Quest. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Miss Lissi. in der Zierer erholt werden. In der Zierer wird aus der Zierer Schmerz. In der Zierer 9 allowfust.